Zwei Eier Ein Backpuffer Das Mehl 115 Gramm Joghurt 100 Gramm flüssiges Öl 125 Gramm Fett Ein wenig Sells Wir mischen das Fett mit Mehl Wir fügen Eier, Joghurt, Salz und Öl hinzu Wir fügen das Fett mit Mehl Eier 6 Gramm Vermut 1,5 Gramm 2,5 Gramm 3,5 Gramm 3,5 Gramm 3,5 Gramm Das war's. 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 Das war's.